einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin ja und ich habe gerade ein video gemacht zu dem wqhd monitor von lg jetzt müssen wir den natürlich noch zusammenbauen nicht wundern wenn hier komische geräusche sind es ist bei uns mega mäßig stürmisch und im unboxing war ja das mit bei das müssen wir jetzt hier einfach nur rauf stecken und dann müssen wir das hier immer festhalten nach unten machen ach hier ist eine schraube drinnen moment also für an die wand machen da fehlen drei schrauben so wie es aussieht weil eine schwarze kam mir entgegen wo ich das paket ausgepackt habe und wo die anderen sind weiß ich nicht so aber hier haben wir das jetzt schon befestigt machen einfach lose und dann haben wir das hier so dran dann wofür die jetzt hier sind weiß ich aber nicht werden wir bestimmt noch rausfinden also sind also alle klappen so dann drehen wir den monitor einmal mal hier zur seite und dann seht ihr ich werde den bevor wir den jetzt hier ran machen ein bisschen vor holen hier kommt es dann ran hier unten haben wir so einen schieberegler die müssen wir dann da unten machen aber eigentlich brauchen wir hier die nur so nach oben reinhängen und schon ist er dran funktioniert ganz einfach dann haben wir hier so können wir den in der höhe machen das funktioniert auch echt ganz einfach und ganz leicht da bin ich schon mal sehr angetan von wir können den ob es für ein gewissen rad drehen los logischerweise können wir auch nach vorne neigen und noch mal zurück neigen das ist klar dann haben wir hat aber ein bisschen gewischt war so dann haben wir hier vorne haben wir displayport hdmi dann haben wir hier in den usb kabel und hier oben zwei usb und da unten nochmal einen dritten usb den kann ich jetzt nicht sehen das ist ein optischer anschluss kann ich jetzt von hier aus nicht sehen wenn wir das wieder lösen wollen hier haben wir hinten so ein nippel dann können wir das einfach wieder lösen wollen wir aber nicht wir wollen das ja dran lassen und das was wir hatten das kommt hier einfach rein in die wir haben hier so ja so aussparungen würde ich sagen so schlitze da können wir das jetzt hier so rein machen das ist dann drin geklickt und da können wir dann hier hinten die kabel rein machen das heißt die kabel gehen dann hier rüber hier drunter und dann gehen die hier runter und dann hat man vernünftige kabelmanagement nach unten und nicht dass die kabel denn hier so vorne überall runterfliegen das ist ja auch nervig also vom optischen muss ich sagen machen wir mal so sieht er echt gut aus aber ich brauche den nicht so hoch ich mache mir den immer tiefer aber wie ihr seht das geht nahtlos und man hört einfach darauf bei der höhe die man haben will und lässt los der geht auch nicht von alleine runter das funktioniert wirklich wunderbar ein wqhd ist das ja ich bin mal gespannt gleich wie die grafik sein wird da werde ich vielleicht dann auch noch mal ein video machen der rand ist hier nicht wirklich groß also das ist wirklich ganz dünn an der seite und hier unten etwas dicker wo lg draufsteht ich habe jetzt so mein maßband nicht hier also ich hätte messen können also ich bin so vom optischen finde ich den schon mal sehr schick das ist schon mal hingucker vor allem ich liebe ja diese kombination schwarz und rot ich weiß nicht warum aber ich liebe diese kombination und mit dem schwarzen fuß mit den roten absatz hinten und hinten dann noch die leds die man sich dann einstellen kann finde ich schon saugeil und vor allen dingen dass die steuerelemente hier direkt mittlich vom lg logo sind hier haben wir dann hier unten laut leise und hier ein knopf wo wir dann halt an aus machen können und links rechts vor zurück machen können das ist schon mal sehr gut besser muss ich sagen gefällt mir besser als bei samsung bei meinem curve wo ich das hier hinten habe wo ich dann immer hier hinter greifen muss also entweder also praktisch auf der seite dann so hinter oder so wo man dann immer scheiße rankommt wenn da die lampe steht da finde ich das hier schon echt besser dass es direkt an der unterseite des geräts ist und dass man da viel einfacher und besser rankommt ist jetzt aber nur meine persönliche meinung so dann würde ich jetzt hier einen cut machen ich werde vorbereiten meinen arbeitstisch und den dann mal anschließen und dann mal gucken wie er so ist dann mache ich jetzt hier erstmal cut wir sehen uns im nächsten video bis dahin sagt euer odin